Das Kombiset D40 ABB von Emporia besteht aus einem schnurgebundenen Telefon mit integriertem Anrufbeantworter und einem schnurlosen Telefon. Obwohl das Kombiset über viele Funktionen verfügt, ist die Bedienung sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Alle Zahlen und Buchstaben werden im Display sehr groß und deutlich angezeigt. Zusätzlich wird das Display von einem orangefarbenen Licht beleuchtet, wodurch sich alle Ziffern besonders gut vom Hintergrund abheben. Das D40 ABB ist zudem mit einer sehr lauteinstellbaren Hörer- und Klingellautstärke ausgestattet. Die Hörerlautstärke kann auch während eines Telefonats ganz einfach Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Zudem können Sie die Hochtöne oder Tieftöne verstärken, sodass Sie Ihren Gesprächspartner immer optimal verstehen werden. Das Kombiset kann mit allen gängigen Hörgeräten verwendet werden. Dank neuster Technik können Sie eine glasklare Klangqualität ohne Störgeräusche genießen. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von uns beraten in Ihrem Onlineshop.